Im Grundgesetz sind die Grundrechte für jeden Bürger enthalten. Ich möchte auf die Bedeutung dieser Freiheitsrechte im heutigen digitalen Zeitalter hinweisen und ich möchte dazu aufrufen, diese Grundrechte, diese Freiheitsrechte bewusst zu leben und gegen Gefahren zu verteidigen. Überbordende Sicherheitsgesetze des Staates bedrohen unsere Freiheitsrechte, wie zum Beispiel eine weitgehende Online-Durchsuchung des Computers, Überwachung unserer Gespräche, unserer Telekommunikation, aber auch moderne Technologien wie die intelligente Gesichtserkennung, die Menschen aus einer Menge herausfiltert und dann speichert und identifiziert. Unsere Grundrechte werden auch durch große Konzerne gefährdet, die in unglaublichem Umfang ohne technische Begrenzung Daten erheben, sammeln, speichern, verwerten, weitergeben, für künstliche Intelligenz verwenden und damit die Privatsphäre und auch die Selbstbestimmung über unsere Daten gefährden. Und genau darauf möchte ich hinweisen, aber ich möchte auch den Einzelnen konkrete Vorschläge machen, wie er sich selbst besser schützen kann. Schwerpunkt meines Buches ist die Privatsphäre der Persönlichkeitsschutz des Einzelnen, die Presse- und Meinungsfreiheit, die einfach unverzichtbar zur Demokratie gehört und von Teilen der Zivilgesellschaft konkret angegriffen werden. Es gehört die Vertraulichkeit der Kommunikation, damit auch die Unverletzlichkeit der Wohnung dazu und natürlich ganz selbstverständlich das Recht auf Asyl bei politischer Verfolgung. Ich habe einige Male Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, weil ich durch Gesetze der jeweiligen Bundesregierung eine Verletzung der Freiheitsrechte in ihrem wesentlichen Kern gesehen habe. Und ich hatte Erfolg. Das richtete sich einmal zur Verteidigung der Unverletzlichkeit der Wohnung. Da musste das Gesetz zum sogenannten großen Lausangriff dann korrigiert werden. Es handelte sich um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Da geht es um die Vertraulichkeit der Kommunikation. Das Gesetz war dann auch verfassungswidrig. Und derzeit klage ich wieder gegen eine Neuauflage der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung und gegen die Online-Durchsuchung des Computers durch das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Die Digitalisierung schafft sehr viele Möglichkeiten, noch intensiver Freiheit zu leben, zu kommunizieren, auch Menschenrechte zu verteidigen, die in anderen Ländern verletzt werden. Aber die Kehrseite dieser modernen Technologie ist auch eine Gefahr für unsere Privatsphäre, weil die personenbezogenen Daten in unglaublichem Umfang auch von Dritten genutzt werden können. Und deshalb muss das Datenschutzrecht in moderner Form verteidigt werden. Und deshalb muss auch die Vertraulichkeit der Kommunikation und unser mobiles Endgerät, unser Smartphone, verteidigt werden vor unerlaubter Online-Durchsuchung. Der Bürger kann sich durch moderne Verschlüsselungstechnik schützen. Er kann seine Daten schützen und ich fordere auch, dass es ein Recht auf verschlüsselte Kommunikation geben muss, wenn der einzelne Bürger es gerne benutzen möchte. Also Selbstschutz ist wichtig. Ich kann nicht merken, ob mein Computer durchsucht wird. Denn wenn der Staat eine Software einspielt, erfolgt das heimlich, sodass ich es nicht merke. Und es ist nicht nur immer ein anderer betroffen, sondern ich kann auch Opfer von solch heimlicher Durchsuchung werden, weil ich mich vielleicht mal aufgehalten habe in der Nähe von möglichen Gefährdern und deshalb mit erfasst werde, obwohl ich mir selbst nichts habe zu Schulden kommen lassen. Das Netz ist global und deshalb gibt es ein generelles Recht auf Vergessen nicht. Aber es gibt ein Recht, dass Informationen gelöscht werden, die meine Persönlichkeit verletzen. Und dann kann man das als ein Recht auf Vergessen werden bezeichnen. Es ist durch Rechtsprechung geschaffen worden. Und es ist zum Beispiel gegenüber Google oder anderen großen Internetkonzerne auch in Deutschland durchsetzbar. Sich für die Freiheitsrechte einzusetzen heißt, sich auch für einen handlungsfähigen Staat einsetzen. Denn natürlich kann auch der Staat Freiheitsrechte schützen, indem er sichere Kommunikation ermöglicht, indem er uns vor Hackerangriffen schützt, indem er eine sichere Infrastruktur bereitstellt. Und deshalb bin ich als überzeugte Freiheitsverteidigerin für einen handlungsfähigen Staat da, wo es um wichtige Aufgaben geht, aber für einen Staat, der die Grundrechte im Kern achtet und sie nicht verletzt. Angst macht unfrei. Wenn wir befürchten, abgehört zu werden, wenn wir Angst haben, dass unsere Kommunikation mitgelesen und mitgehört wird, dann werden wir uns anders verhalten. Dann schränken wir uns ein. Wir gehen vielleicht nicht dorthin, wo wir gehen wollen, weil wir Angst vor terroristischen Übergriffen haben. Angst beschränkt uns in vielfältiger Hinsicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Vertrauen in Institutionen haben können, die zur Verteidigung der Rechte da sind und damit uns Schutz geben, damit wir uns frei bewegen und Freiheitsrechte ohne Angst leben können. Ich habe viele, viele Wochen intensiv an meinem Laptop und an meinem fest installierten Computer gearbeitet. Selbst geschrieben, selbst recherchiert, selbst dann auch Korrektur gelesen, selbst die Gliederung gemacht. Und das war schon ein etwas zäher Prozess. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich noch einmal intensiv mit den Freiheitsrechten in Literatur, in Kommentierung zu beschäftigen, aber auch immer wieder natürlich im Netz zu recherchieren und da auch zu sehen, wo Gefährdungen liegen, aber auch was man selbst machen kann. Das hat mich sehr motiviert, ein Plädoyer für die Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter zu schreiben. Wir freuen uns, vor uns, ganz genauer die Möglichkeit, diese Entscheidung zu tun. Also, von dem Korrektur zu gehen, werden Sie sich hier in der Lage, mit dem Korrektur zu verhalten. Anwendung der Korrektur zu gehen, Sie kommen zu »Jones«, das ist »Jones«, das ist »Jones«. Vielen Dank.